hallo lieben und schön dass ihr dabei seid ich hatte jetzt eine frage in unseren kommentaren gehabt was wir oder was ihr mit restresin noch machen könntet gerade wenn ihr viel mit resen arbeitet dann habt ihr natürlich ständig irgendwelche reste an resen was ihr angemischt hat wo pigmente mit drin sind wo glitter mit drin ist was für euer projekt am ende zu viel war und ihr nicht wirklich wisst wohin damit und einfach nur aushärten lassen sind wir ehrlich wäre einfach schade drum deswegen was ich zum beispiel benutze ist solche silikonformen also auch gerade die größeren wie diese pyramide die können wir dann auch gleich mal schälen um zu schauen wie sie geworden ist bisher die muss ja auch nicht komplett voll sein oder auch kleinere silikonformen wie so einen würfel der hätte so ein bisschen ägyptischen look zufälligerweise finde ich aber wirklich sehr cool vom farbspektrum her oder aber ihr macht euch verschiedene coaster die brauchen auch nicht viel resen letztendlich das heißt gerade wenn ihr die jetzt nicht wirklich richtig dick machen wollt wenn nur keine ahnung so einen halben zentimeter dick sein sollen je nach größe die ihr habt geht das sehr gut ihr könnt euch da richtige silikonformen holen für für resen gedacht das hier war jetzt eigentlich eine zum backen für ich weiß nicht kekse muffins irgend sowas können natürlich genauso benutzen dann aber nicht mehr fürs backen im besten falle oder so eine muschel habe ich jetzt neulich noch dazu bekommen funktioniert alles wirklich ganz gut auch wenn ihr kleine reste habt schüttelt sie rein wird dann halt entsprechend bunt und auf jeden fall besser als das ganze resen einfach im becher aushärten zu lassen und dann keine verwendung mehr dafür zu haben und das ganze dann wegzuwerfen so ansonsten hier gerade die pyramiden ist natürlich ein langzeitprojekt je nachdem wie viel ihr mit resen macht und welche farben ihr benutzt ich achte jetzt auch nicht wirklich darauf welche farbschichtung jetzt da drin ist also alles was ich übrig habe an resen kommt dann einfach da rein dann löst man das raus dreht die form wieder um und es kann weitergehen mit den nächsten projekten wichtig nur wenn ihr wirklich die pyramidenform nehmen solltet die haben wir auch bei uns auf der homepage macht sie nicht bis ganz oben voll ihr kriegt das dann einfach nicht mehr raus das ist dann richtig richtig schwer rauszugehen wenn überhaupt ohne dass ihr irgendwas kaputt macht also drei viertel voll oder halt von der größe her so ist ihr eigentlich auch ganz nice und das sieht man jetzt hier die ganzen schichten was ich mal benutzt habe an resen so lila mit glitter blau metallic dann irgendwas wirklich dunkles schwarz wahrscheinlich was klares mit grün zwischendrin also ihr seht selber kann man natürlich dann viele verschiedene effekte und looks haben so prinzipiell sind das auch meine tipps was ich damit tue ihr könnt natürlich genauso wenn ihr richtung schmuck gehen wollte oder irgendwas in der richtung ich mache das zum beispiel auch mit restfarben von acrylic pur ist also ne acrylic pur ist könnt ihr genauso gut auch das resin auf ein unterlage nehmen das hier setzen ganz normale folie resin drauf geben drüber swipen und vielleicht mit dem brenner drüber dass er so ein paar zelleffekte und looks bekommt und das dann ausschneiden unter schmuck draus machen auch eine idee so wenn ihr noch andere ideen habt was man damit machen könnte was ihr zum beispiel auch macht schreibt es gern in die kommentare und helft den anderen zuschauen damit ich freue mich auch mal was von euch zu lesen was ihr schönes kreiert und ja helfen wir uns alle so ich hoffe das video hat euch etwas weitergeholfen vielleicht neue ideen gegeben ansonsten gebt mir einen daumen nach oben wenn es euch gefallen und geholfen hat abonniert unseren kanal dann verpasst ihr auch keine anderen neuen videos und ansonsten wünsche ich euch ganz viel spaß beim kreieren und bis bald